Servus Leute! So, wie man sieht, wir sind immer noch in der Schweiz und jetzt hat man in Denst die Monsterknaller von VEKO Nette Salute-Rakette, oder? So, und jetzt testen wir mal gleich drei Stück Schauen wir mal, wie die so sind Boah, Alter! Das sind ja wahnsinnige Geräte! Wahnsinn! So, die letzte! Boah, Alter! Wahnsinns Geräte! So, das war der kleine Test gewesen, da die Monsterknaller von VEKO am 1. August Also, bis zum nächsten Mal! Und zur Fuß! So, bis zum nächsten Mal! Grüß! Ich bin zum nächsten Mal! P